Wir sind hier im Bereich Schlosshof hinter Westermoor und wir sind alarmiert worden zum Waldbrand. Also die Lage war, wir haben ca. 10, 40 Meter Wald gebrannt. Wir haben den Waldbrand mit vier D-Rohren bekämpft, also quasi die Ränder abgelöscht. Und die restliche Geschichte haben wir dann mit den Landwirten mit den Pumpfässern vollends gemacht. Die Landwirte, das sind alles Feuerwehrangehörige. Und bei solchen Stichwörtern wird auch kurz mit dem Telefon telefoniert, dass die ihre Vakuumfässer füllen und mit dem Wasser dann zur Einsatzstelle kommen. Doch, es gibt ja bei der Feuerwehr verschiedene Rohre und die D-Garnitur ist quasi die kleinste Einheit, wo man wenig Wasser braucht, aber trotzdem lässt es Erfolg erzielen können.